Was sagen die anzeigen alle systeme nominal es geht ihr gut das ist ein fehler an ihrer stelle wäre ich vorsichtig mit meiner kritik Ich bin dabei Update Daodan Latenz bleibt bei 27,1 bioplasmische wellenformen stabil eine klasse 3 neben ihren reaktion als sie den befehl gaben aber nichts ungewöhnliches Wo schicken sie sie hin? Das ist ein einfaches ding rein und raus sie braucht einen testlauf Viel Glück Konoko Ja ja rein und raus das können wir gut So und ab geht die Post Hör zu Konoko du warst nicht in Gefahr während des Trainings aber hier draußen solltest du lieber deine Lebensenergie im Auge behalten Lebensenergie Ja sie kam wieder laden Okay Waffen haben wir auch sogar drei magazine und mein Leben ist voll Super Komm wir sparen uns alles Ich hab wir überhaupt nichts verarsen Wir brauchen hier jeden sich Einfach von der erste gering Aua Und Da ist der Knopf Ja genau Und so näher sind wir unserem Ziel Und wie es aussieht ist wie bei euch Okay Und so näher sind wir immer die ganze gering Wir müssen ja alles finden Wir müssen ja alles finden Jetzt Na gut Gehen wir auf Das nutze heute nichts Wir müssen hoch Den wir jetzt hätten Wenn ich springe kann muss laufen So hier ist auch nichts Auch nichts Ui das hat nichts Und hier ist der nächste Knopf Drücken wir einfach mal drauf Die Sand öffnen wir den Und dann ist weg Schön Was Oh Ich Moment Die machen wir uns nicht kalt Ach Mist Wofür wirds nichts Wofür wirds nichts Dark Shark Oh Und Warte Warte Ich frag mich nochmal wie lang das Spiel ein Ich hab's gar nicht mehr in der Erinnerung Hier gibt es nichts In der Hand braucht schon die Warte Eine noch mehr Und Ja Zeit hat man den Eins Ich meine Kann man nicht viel Zeit machen glaube ich Ich wollte auch schnell spielen, nicht mehr auf normal oder leicht. Ich wollte mal meinen Können unterbeweichern. Na gut, ich küsse ich die Tür weiter jetzt. Wann ne Musik? Ne Waffe. Schleiche. Schleiche ein bisschen in den Spiel. Die haben wir in den Waffen lassen. Haben wir eine Entwaffnungstrappe? Das 1. Entwaffnung. Ist das Entwaffnung? Entwaffe, ja. Ne, eine bewaffnung zu gehen. Brücke N Verschiedene Positionen N Was? Äh M N Ok Äh Zeig mir was du kannst Jetzt Sprechen Hüte Hüte Komm Moment wir haben ohne Wasser Ich hab da Angst Ich würde sagen Hände hoch Ähm Was machst du denn jetzt? Hi Hallo Uah Ui Ja Obwohl lieber nicht Super Ja Wir hatten noch 4 Schuss Ich will dich nicht verletzen Das war jetzt merkwürdig Aber wir haben es gemeistert Hier geht es runter Dann gehen wir mal hier runter Irgend Was das hier ist eigentlich Irgendwann mal erkunden Hier geht es Hier geht es Hände über uns Und zwar in die Knie Genau Und zieh Ja machen wir Ich muss dir etwas über die Hypo Spray sagen Ich soll nicht darüber sprechen Aber es gibt Anzeichen Schlaf ruhig Dass sie bei dir anders wirken als bei Anderen Leuten Solltest du ein Hypo Spray benutzen Wenn du fast vollständig auf der Höhe bist Könntest du eine überhöhte Wirkung feststellen Ein zeitweiliger Überschuss an Stärke und Gesundheit Der nur kurz dauern wird Versuch also ihn so gut wie möglich zu nutzen Aber bitte erzähl Commander Griffin nicht Dass ich dir das gesagt habe Genau Daran ändere ich mich auch noch Ach genau Ähm Die Hypo Spray ist Diese Wo sind die denn? Genau rechts Rechts diese rosa kleinen Kästchen Das sind quasi so lebens Ja Und so medikit Bis hier weiter Hä Können wir hier hochrufen Okay Sieht so aus Ähm Ach komm Und wenn man die auf Wenn man die Oh Mann Wenn man die zu oft benutzt Dann wieder Lebensbalken aus diesem Kleinen gelben Bereich dort In diesen Ja größeren Bereich Dann wird super stark Ach Aber ich hab das früher sehr selten anwenden können Da ich nie wieder mit dem hatte Warum komm ich jetzt hier nicht auf? So So Warum gibt's hier kein Fahrstuhl Rom mehr Das wird's nicht Das ist nicht Ja Ich erinnere mich nicht darauf und auch spielen muss Dann sieht sie Hm Komm Ah Das muss doch irgendwie noch was werden hier Komm schon Ah 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 ja 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 Aber jetzt Ähm Und jetzt da auch Und 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 Jetzt da Ja Das wurde Absicht Das war Absicht Das war Absicht Weil ich wollte da die Munition finden Genau So wie komm ich da jetzt hin Ich bin da mal anlaufen Ich bin da mal anlaufen Ah Du Ah Was zu weit ist denn Super So das mal gehen wir aber die Treppe hoch So Wie brauchst du so ein grün So Wenn wir uns einmal ein Halbungsstrim Ja ich kann nicht machen Ja Da geht noch nicht hin Ja Da geht noch nicht hin So ist es Ich weiß nicht Wie ist das irgendwie die Effekte aus Ich kann nicht Moment Ich erinnere mich grad an das Ich erinnere mich grad an das Ich konnte glaub ich nicht wende schauen Aha Aha Juh Das ist natürlich Das ist kein Cheat Nein Das ist so gewollt Damit kann man nämlich Taktisch alles planen Ja So Und wir planen jetzt den dazu erschließen So Oh 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 Wow Die hat ein ganzes Mal der Ziel gefressen Meine Güte Ähm Na gut Hat sich aber gut Komm lauf schon Ähm Das ist so Wir müssen da runter Da war dieser Der gekreist unser Ziel Und unser Ziel Aber vorher Gucken wir mal hier hinter Und hier mal nach Okay Gucken wir nochmal zum Ziel Chang! Es ist Chang! Ich habe ihn! Chang? Ja, Sir! Machen Sie weiter! Ich habe das in meinen Auftrag versagt. Ja. Ich hoffe, Sie haben mehr Glück, mehr Mutlachen. Seien Sie vorsichtig. Gut. Empfange Zieldaten! Wow! Weg hier! Du musst wachen! Schieß! Oh, oh. Mach, mach, mach! Schieß! Schieß! Puh! 1, 2, 6 Schuss gefressen. Nicht schlecht. Wir halten ja was aus. Vor denen habe ich Angst. Genau, es gibt verschiedene Gegendertüten. Je nachdem, wie sie aussehen. Und die zum Beispiel sehen aus wie deine Bürger. Und deshalb traue ich mich gegen denen. Aber nicht, wenn es zwei sind. Oh, oh. Äh. Äh. Geh rauf. Genau. Wow. Ja. Hä? Oh. Oh, oh. Oh, oh. Ähm. Geh auf. Los. Oh, oh. Okay, okay. Das geht mal hin. Das geht mal hin. Schlag. 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 Super. Moment. Das ist gut. Hält er da rauf? Aha. Super. Ja. Okay. Okay. Genau. Das müssen wir öfters verstehen. Das kann stecken vorgehen. Und weiter geht's. Uh, 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 uh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich darf nicht, ich darf nicht. Ich darf nicht. Die Finger. Und nochmal. Und. Los. 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 Ah. Oh. Äh. Oh. lima. Ja. Ah. Ja. Wir haben vier Hypos und lassen ihn wählen. Blablabla, und weiter. Geht zu Angst. So, benutze ich die Hypos nochmal. Tappbar. Super. Noch eins. Super. Oh. Moment, wurde unser Hypo grad abgebucht? Echt geschockt? Hoffentlich nicht. Ach komm, müssen wir noch eins. So. Haben wir genug davon. Da, 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 da. So. Das sei ja episch. Äh. Scheiße. Hier war doch irgendwo genau. So. Nein, nein, nein. Nochmal, nochmal. Okay. Ja. Warte los. Hallo. Feiert euch mal. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja. Wir waren doch ein Cyborg, oder? Waren wir ein Cyborg? Waren wir ein Cyborg? Oder waren wir... Ich weiß es gar nicht. Irgendwas merkwürdiges sagen. So. Und? Welchen? Welchen mit wem? Welche Feinde? Mhm. Das war doch perfekt. Schlagen, treten. Schlagen, treten. Die Kombo. Genau. Genau. Das sind Offiziere, oder? Könnte irgendwie Alarm machen. Ja. 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 So. Und das ist jetzt die Kontrolle. Oh. Okay. Okay, okay, okay. Moment mal. Oh. Das war unsere Kontrolle. Und das... Das war jetzt Absicht, ich wollte euch zeigen, dass das eine Alarmkondole ist, genau. Okay, äh... Da ist eine Waffe, ne? Da ist er, okay. Da ist eine Waffe, was machen wir? Ich mach dich fertig! Ich kann nämlich ein... Wie heißt das nochmal? Salte? Ich konnte das nie sparten gar nicht, das weiß ich nicht. So, die haben wir auch gleich. Super! Nein! Ich bin der Heiko gekommen. Ja, ja. Jetzt sind wir da unten, gibt's einfach. Nichts aussieht, kann ich da hin. So, ich kann hier aussehen. Okay. Ach, hier kann man runter sein. Super. So, mal sehen wir in das Raum. Das wird doch noch... Unterraten. Überall diese Mistieke. Los, lauf, lauf, lauf. Oh, lauf. Oh, lauf. Oh, lauf. Oh, lauf. Oh, oh, hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Ich will dich nicht verletzen. Überfältig. Ich auch nicht. So, ja. Jetzt... Was ist mit dem? Okay. Das wird schon mal ein bisschen dauern. So, jetzt hoch. Hier ist wieder... ein Generator. Und da oben war der mit der Waffe, okay. Okay, okay. Da war... Ja? Fockku. Zeig mir, was du kannst. Er liebt hier rein. Hetschaw. Okay, komm nicht wahr. Nein, nein, nein... Nein, 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 nein. Genau, 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 genau. Entwaffe. So, jetzt kämpfst du wieder um die Waffe, ja? Ganz ewig. Knipp mir in das Tür. so weiter geht's wenn du unschuldige leute verletzt und danke sie halten die geschäftsführer oben sie haben den ganzen laden übernommen und beladen eine art gepanzerten lkw sie sind schon fast fertig los beeilung ich öffne diese türen für sie wir müssen alles sammeln alles was es gibt gibt es nicht gibt es hier kann man gehen hier auch nicht wir auch nicht ich würde jetzt auch sagen ich mache jetzt erst mal eine aufnahmepause zu gucken wie die aufnahme aussieht und alles funktioniert kann also ich hoffe euch macht oben Spaß und wir sehen uns dann also ciao 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 ciao